Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Servicepersonal der DSG bedient die Fahrgäste der ersten Wagenklasse mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken an ihrem Sitzplatz. Die Minibach versorgt sich in der ersten und zweiten Wagenklasse zusätzlich mit kleinen Speisen und Getränken. Die Mitarbeiter der DSG informieren Sie über das aktuelle Angebot und nehmen Ihre Bestellungen gerne entgehen. Der Bordtreff zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Die Ins данne geht um zum Beispiel für die Fahrt und die Anhalte. Der Bordtreff von 14, 2020 Und das zum Beispiel mit den Anhalte. Der Bordtreff von 13, 2021 Der Bordtreff von 16, 2021 Der Bordtreff von 13, 2021 Der Bordtreff von 13, Wir sehen uns beim nächsten Mal, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.